Hallo, mein Name ist Jörg von Rittberg, ich bin Oberarzt im Department für Chirurgie der Asclepius Klinikum Barmbeck. Der Schwerpunkt in unserer Abteilung ist die onkologische Chirurgie. Wir bieten das gesamte Spektrum diesbezüglich an, von Leber- und Pankreasoperationen, Darmkrebs bis hin zu Speiseröhren- und Magenkrebsoperationen. Letztere beiden sind ein Schwerpunkt. Untertitelung des ZDF, 2020